Musik Musik Wir sind die mächtigste Militärmacht in der Geschichte der Menschheit. Jeder Kampf gehört uns. Weil das, was hier passiert, drüben zählt. Wir werden das nicht aussitzen. Die Beherrschung der Techniken moderner Kriegsführung macht den Unterschied zwischen Gedeih und Verderben eures Volkes. Wir können euch keinen Frieden geben, aber wir können euch zeigen, wie ihr ihn herbeiführt. Und das, meine Freunde, ist mehr wert als eine ganze Armee aus Stahl. Sicher ist es wichtig, wer die größte Keule hat, aber viel wichtiger ist es, wer sie schwingt. Dies ist eine Zeit für Helden. Eine Zeit für Legenden. Die Geschichte wird von Siegern geschrieben. Siegern geschrieben, an die Arbeit. Oh, scheiße. Hä, was, was? Wir schützen Sie das Brückenlager. Ja, ich stehe ja schon auf, okay. Oh, ihr ganzes was los hier. Was ist das? Ich bin wütend. Okay, jetzt mal nachladen. Okay, jetzt bin ich wütend. Ich bin angeschlagen. Fick dich, fick dich. Hoffentlich hätte ich noch den Musik-Sound, weil ich habe den jetzt erheblich reduziert, damit er meine Stimme hört. Falls es mir ein bisschen zu leise vorkommt, werde ich es im nächsten Part wieder erhöhen. Und ich bin glücklich, ja, Kevin ist glücklich. Jetzt kann ich auch viel besser schießen. Seht ihr das? Sieg weiß. Ich habe nicht mal den Granatenerfe gebraucht. Ja, ich habe das Level schon mal gemacht, weil ich es so oft gefehlt habe hier. Leider muss ich es schon so oft machen. Und weil es ja auch noch geleckt hat. Ist da noch ein Gegner? Ja, ich glaube schon, ne? Ich denke es bei mir wieder ein bisschen, aber es war mir von kurzer Dauer. Nein, warte, ihr könnt nicht einfach fliehen. Ich will noch ein bisschen mit euch spielen. Ich will noch spielen mit euch. Bleibt doch da. War ich euer? Naja. Hallo, es sind keine mehr da. Du kommst ruhig mitkommen. Magst du mitkommen? Püfft. Johnson. Ja, ja, ich weiß schon, Private Johnson. Der Kevin ist hier kein Oberfall-Noob. Aha, ich bin mal bei der ersten Aufnahme hier überfahren worden. Okay. Yeah, rade, DMG. Was ist das da? Nein, das sind Helis. Soll ich das auch knallen? Okay. Was ist das Linke? Das ist da. Soll ich das unterkommando sein, wird ein Schäfer dein Problem mit Gefahr. Was ist so ein Wind, Mensch? Ich meine hier nur. Na ihr. Das ist Krieg, mein... Ups, Entschuldigung. Das ist Krieg, mein Freund. Die echten, harten Jungs, komm hier. Was ist das für ein Schild? Keine der Kamele, oder was? Naja. Was, Dächer nach Feinden? Das sind aber keine Feinde. Overlord, P-Hunter 2-1. Überflären Tunnel Harvey bei Straße Elizabeth. Okay. Roger, Hunter 2-1. Vorsichtig vorwirken. Aufpassen. Es wie im Welten Westen. Jo, wer zuerst seine Knarre zückt, ne? Hi! Das ist noch. Gebe Deckung. Ja, genau so gibst du Deckung. Ist ja freundlich. Drei Feinde auf dem Balkon auf 12 Uhr. Wahrscheinlich Milizkämpfer. Sind Sie bewaffnet? Negativ. Sie beobachten uns nur. Das würde ich dir noch raten, sonst würde ich dir in Blei, ne, Gehirn schießen. Ja, genau. Ich meine euch, drei. Ihr braucht mir jetzt jetzt so vorläufig anschauen. Ja, und ich mache mal kurz Pause. Läuft. Okay, weiter geht's. Überhaupt nichts. Alle Hunter-Fahrzeuge, hier ist Ascentroli. Weit machen zum Angriff. Hätten da geschossen. Ach, schon wieder. Ach, ihr da oben seid es, na dann. Yeah! Das war aber jetzt nicht meine Schuld. Das war diese Tipps da, mit diesem Raketenwerfer. Sind wir überall? Ich bin wütend! Okay, ich bin nicht so wütend. Hey, es geht euch. Warte, warte, warte. Nein! Hey, fahr mal ein bisschen vorsichtiger hier. Wo? Hä? Was geht hier ab? Wo? Was? Wo? Wo bist du? Ach, da oben. Wow! Sagt's doch gleich, Mensch. Ab! Ja, bis hier bin ich ungefähr gekommen. Ab hier ist es wieder blind. Erstmal warten. Ach, wen soll ich folgen? Ja, ich soll in das Gebäude nämlich abend mal rein. Wow! Nein, warte, warte. Vielleicht können wir irgendwie mit, äh, Worten darüber reden. Wir müssen ja nicht gleich immer die Waffen, äh. Alles klar. Oh! Hey, du. Das wohl, das war wohl der Rektor. Und das war, äh, der Konrektor. Also, wow! Okay, hier, bitteschön. Wah! Nein, nein, nein! Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Ich, äh... Ich hab noch so viel vor, ne? Wah! Und ich mach mal kurz Pause. Bis gleich. Hallo, hier bin ich wieder. Nur mal kurz kontrollieren, ob es auch alles vorschriftsgemäß aufgenommen wurde, so wie ich es in meinem, ähm, Kopf geplant hatte. Und es war nicht geplant. Achso, du bist ein Freund von mir, sorry. Sag's doch einfach. Sag einfach, hallo, ich bin dein Freund. Bitte nicht schießen. Aus der Schule. Ja, das sind die Lehrer. Die wollen, äh... Die wollen nicht, dass ihr wieder die Klassenzimmer verwischen. Ach, du schmeißt Granate. Ich will auch. Wah! Nachladen. Okay. Wenn du noch irgendwelche... Oh, ja. Ja, weg, weg, weg. Weg, weg. Weg. Hier ist noch einer. War einer. Na, meine lieben Schüler, was habt ihr denn heute gelernt? Ah, ihr habt gelernt, auf den Lehrer zu schießen. Wie schön. Ah, und du auch. Okay, dann werde ich euch mal kurz an die Tafel schreiben, wie man richtig schießen tut. Man nimmt erstmal das Visier so und zieht auf seinen Feind, den man töten will. Und dann, äh, drückt man ab. So ungefähr. Ich werde euch das jetzt mal demonstrieren. Zack. Zielen und... Und tot. Seht ihr? Ganz leicht. Und nochmal. Ganz einfach. Komm so, vorsichtig. Hallo. Ich bin nicht so vorsichtig, wie du und ich lebe noch, siehst du? Wah! Ey, ey, ey. Vorsicht, vorsicht, vorsicht. Hier. Äh. Hier ist ein, äh. Ein Kriegsveteraner. Ja, ich bin Kriegsveteraner. Ich war sogar noch in Vietnam. Jetzt bin ich hier auf dem Schlachtfeld, ey. Oh, hi. Es geht. Ey, er macht wohl kurz ein Nickerchen. War wohl anstrengend, die Schularbeiten, die er da macht. Hi. Hi, Leute. Hey, ich suche den Weg zum, äh, zu Aula. Wisst ihr, was zu Aula geht? Ich hab keine Ahnung. Weißt du, was zu Aula geht? Oder wisst ihr es? Wah! Okay, ich sollte weniger quatschen und mehr schießen. Mit Worten gewinnt man keinen Krieg. Na ja, vielleicht doch. Einen diplomatischen Krieg vielleicht, aber. Keinen Krieg mit Feuerwaffen. Wah! Jetzt reizen wir ihn auf Kamikaze. Zack, zack. Mann, zack, zack. Ach, Granate. Na ja, dann muss ich wegrennen. So. Hier ist alles gesichert, mein Freund. Das ist eine Schule. Schulen sind bekanntlich ungefährlich. Seht ihr? Völlig ungefährlich. Es ist noch niemand hier in einer Schule gestorben. Völlig ungefährlich. Hm. Die Schule ist gesichert und der Pfeil zieht sich zurück. Wir räumen ihn nur noch auf. Verstanden, Hunter 2-1. Vorsichtig zum Sammelpunkt vorrücken. Da könnten bewaffnete Feinde sein. Over. Obbewaffnete Feinde? Ach, ihr könnt alles Feinde sein. Das ist Battle... äh, Battlefield, ja. Äh, das ist Call of Duty. Call of Duty Modern Warfare 2. Nur die ärtersten Männer spielen sowas. Dass ich leider keiner bin. Hahaha. Kein... Kein Harter, würde ich damit sagen. Willst du schon ein Mann, aber keine Harter. Na doch, Bianca Kakemoto vielleicht, aber... Hi, tschüss. Ach, der lebt noch. Hey, du bist in die Krabbelgruppe. Ich hab gehört, da gibt's viele neue... Ich suche neue Mitglieder, hab ich gehört. Okay, daneben nicht. Naja. Oh. 8 Uhr, tut mir leid, ich hab keine Uhr dabei. Wie spät ist das jetzt eigentlich? 8 Uhr hast du gesagt, naja, okay. Oh, hi. Oh, hi. Hi, mein lieber Terrorist. Na, wieder brav am explodieren. Bist du ein Feind? Nein. Oh, hi. Ah, doch, war doch ein Feind. Okay. Meine Herren, das war gute Arbeit in der Stadt. Riot Allen ab sofort erhalten Sie hier Befehle von mir. Ich erzähle Ihnen alles im Heli. Los. Batarierter, rück vor. Okay. 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 Okay.